Hallo, ich bin der GameMob. Herzlich Willkommen zu Let's Play Witcher Teil 23. Wir sind in den Kloaken und was war eigentlich das Letzte? Heute ist es einfach zu warm. Der Lieferant ist wahrscheinlich in den Kloaken anzutreffen. Ich sollte dorthin gehen. Achso genau. Da wechsle ich erstmal zu dem Silberschwert. Dann zum Gruppenkampfstil. Schneller Kampfstil. Okay, der ist abgeschlossen. Achso, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich hier nicht springen kann. Es ist so eine Sache, wenn man es gewöhnt ist, dass man aus anderen Spielen, dass man springen kann. Dann ist es manchmal... Oh, ich bin gerade die Feuchereistung. Nuh 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 Wir sind auch kein problem mehr Was möchtet ihr tun dumm rumstehen Zeichen intensität um 100% erhöht Hey cool Hm 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 Es hat es irgendwie voll gebracht Ich kann natürlich nicht wirklich was machen Lass ihn aber mal eine Stunde meditieren Mitten im Matsch und mitten im Dreck Hm Spiellogik Hm 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 Ah da kann man hoch Das sieht man fast nicht Hm Hm Hier speichere ich Wenn irgendwann mal das Spiel abstürzt Aus hitze-technischen Gründen würde mich das nicht wundern Obwohl die CPU hatte bloß 40 Grad Beim Spielstart also Tja ich hab da vorher ähm Stonekeep aufgenommen da ging's auch also Was möchtet ihr tun Was möchtet ihr tun Nix Was Ihr seid hier in den Kloaten Ich habe mir das Gefühl, dass ich hier ein bisschen Fistek gewonnen habe. Seit wann hat er Freunde wie du? Gib mir die Password oder wir werden deine Bälle in eine Zeracanian Knot verleicht. Password. Ich bin sicher, dass du dieses lustig findest. Schauh! Die Death! Gut. I'll rip your gut open! Die, swine! Das war ein anständiger Move. Eigentlich auf den Kampfstier wechseln. Ich bin nützer Schmetterer. Schlechter Witz. Ah, ja. Genau. Zu warm. Ah, der Schlüssel. Und er hat irgendwie keine Schwerkraft. Das Fahrzeug speichern. Das kann jetzt was werden. Eigentlich ist es die dümmste die aller Zeiten aber es kann was werden. Ja. Schau, wer ist hier? Witcher Geralt. Angus hat mich. Ich bin nütz. 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 hier abgeht was wir abgewöhnen drücken zu wollen speicher bestätigen das ist so dass da spielt man einmal skyrim und dann hat man das so drin weil die steuerung so anders ist oder macht man also die ersten fünf minuten oder so und bis man sich wieder daran gewöhnt hat und dann halt Ich werde dich töten! das ist ein bisschen was stärkeres ich habe gerade gesagt der hat nix so kann man sich auch leute anwerben einfach alle drucken abhängig machen und dann dazu bringen quasi die schuld abzuarbeiten eine technik die schon nicht im echten leben auch schon gar weil so oh fuck das waren ein paar mehr wie ich gedacht habe die so Oh, 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 oh. na komm daneben das nenne ich können genauso und ich habe es genauso geplant außer nur die lange ladezeit jetzt muss ich jetzt mal einen schluck trinken ganz ehrlich brütende hitze subtropisch die augen leuchten im dunkeln ich weiß immer noch nicht ob das ein grafikpark ist oder ob das so gehört wir haben alle nix scheiß so jetzt warten Da gab es ein Künstler, wo er... Ja. Also es gibt ja da keinen Heilzauber. Das ist eine Holztruhe. Nicht schlecht. Ich hoffe es ist jetzt nicht zu dunkel, weil ich kann es so einigermaßen erkennen. Ah, das ist ein schneller. Alter, das ist jetzt auch ziemlich gut. Der schnelle neuere. Wo kommen die her? Die, blöde! Die, blöde! Ich frage mich, ob das so ist, dass sie in regelmäßigen Abschnitten quasi patrouillieren oder ob das einfach zu voll war. Aber das ist schon, hm. So viel stecken die auch nicht ein. Und ich bin so gut gelevelt. Keine Ahnung. Hm. Ich werde das töten! Ich werde das töten! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ah, ich wollte es ausprobieren. Ende Laden? Nö, na doch, natürlich. Deswegen speichere ich immer so oft. Außer bei Skyrim. Also, man hat hier quasi... fragte mich gerade ob ich da irgendwas noch bestimmtes machen kann oder so ich werde jetzt kurz warten bis sich mein Leben ein bisschen mehr regeneriert hat um da jetzt nicht blind links niedergemetzt zu werden und Sachen die für die Regeneration notwendig sind, möchte ich aufheben weil ich ja nicht weiß, dass so ein Chefsachen kommt dann kriege ich gleich nochmal was neuer gefühlte 200 Grad nein schlechter Witz das heißt da unten gibt es noch was die Augen funkeln ich bin mir wie gesagt immer noch nicht sicher ob das ein Grafik Bug ist oder ob es so gehört so 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 ich hab mir auch schon auf dieses Nachfolgespiel vorbereitet hab mir die aktuelle Version geh laden bei Bug.com bevor jemand auf eine dumme Idee kommt so Switch 2 Enhanced Edition 15 Gigabyte äh ne 14,9 Gigabyte Download Installationsgröße 22 Gigabyte das ist schon nicht schlecht für ein Spiel ja bin ich ja mal gespannt was soll einiges sehr interessantes zeug dazugekommen sein was ich ja dann sehen werde ich spiele aber ich habe nur mal eine stunde angespielt als der 2.0 patch herauskam und es ist anscheinend etwas dynamischer beim storytelling wie zum beispiel jetzt der teil hier speichere ich und dann probiere es noch mal auf dass ich brutal scheitern werde das ist ja Ja. Tja, das war da jetzt die bessere Taktik, mit denen erstmal separat die schweren Jungs außer Gefecht setzen und dann... Problem gelöst. Man kann sich da nichts vom Essen mitnehmen, ist ein bisschen komisch. Die Böse! Die Böse! Ah. Perjali Ah, Nierenfett. Jetzt werde ich auch wieder mal kurz, um etwas regenerieren zu lassen. Okay, das sieht schon sehr interessant aus. Ich habe sie auch beim Level Design sehr viel Mühe gegeben. Über die unscharf Texte sage ich jetzt nichts, weil ich musste einfach wegen dem Caption herunterschalten. Es gibt Spiele, die sehen auch auf mittleren Einstellungen verdammt gut aus, wie zum Beispiel Witcher 2. Aber es gibt dann Spiele, da stellt man ein bisschen was runter und dann sind die Fassungen schon anschaubar. Oder es gibt Spiele, die stellt man auf die höchsten Details und es ist trotzdem helft unscharf. Ich werde dich töten! Ich werde dich töten! Es ist natürlich auch interessant, dass immer wieder Gegner patrouillieren. Das ist aber jetzt eigentlich eher realistisch. Das ist das, was ich manchmal auch etwas lustig finde. Da gibt es dann Situationen, da ist man dann stundenlang läuft man rum. Kein Gegner, keinem fällt irgendwie auf, dass da die halbe Belegschaft niedergemessen wird und dann macht ja nichts. So, oh Gott. Schauen wir mal weiter. Hier könnte ich jetzt nach rechts... Ah, okay, er deckt immer den ganzen Bereich auf. Hier könnte ich nach rechts gehen, das würde ich aber jetzt nicht tun. Und ich werde nach links gehen. Na, komm. Wo ist denn der Gegner? Wo ist denn der Gegner? Wo ist denn der Gegner? Das dürfte wehgetan haben. Was haben wir denn? Schaden minus 20? Schaden... 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 Schaden, Das ist 40. Hä? ah der braucht ein bisschen was härteres okay der hammer der steht im boden verankert tatsächlich also je nachdem was man denkt es auch weg ist mir so nicht aufgefallen ich frage mich immer noch wie viel salamandras das wohl wie viele mitglieder diese organisation wohl hat und ob man die alle platt macht und das wäre interessant ja die ladezeiten für den speilbildschirm sind heute ein bisschen länger lässt sich wohl nicht vermeiden ist ja unklug ja 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 das muss wohl im pack sein mit dem prügel ja 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 naja Ich kann nicht die Gruppenkampf hier besser benutzen. Ach komm. Ich kann nicht die Gruppenkampf hier ausprobieren. Na komm! Noch irgendwelche Fragen? Erdbeeren, Soldatenflussel, das ist mir etwas anders. Was haben wir hier noch? Was haben Sie noch einmal? Okay. Okay. Was haben wir sonst noch? Was haben wir sonst noch? Wie es aussieht, der nimmt irgend so ein Ding und beißt rein. Hmm. 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 Genau. Hmm. Jetzt habe ich eigentlich alles durch, glaube ich. Oh, Gott. Hmm. 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 An sich habe ich alles erforscht, bis auf hier hinten, da nach links. Irgendwas piept. Oh oh. Ich sollte mich glaube ich erst etwas regenerieren, bevor ich einen Frontalangriff starte. Ich werde mich noch nicht mehr machen. Ich werde mich noch nicht mehr machen. Nein, ich lasse es noch, obwohl, ich mache das jetzt so, ich werde diesen Part beenden und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit voll aufgeladenem Health und ja, genau, dann sage ich, ich hoffe es hat gefallen und wenn ja, wieder abonnieren, kommentieren, weiter empfehlen und es ladet, es ladet und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal.